Mein Name ist Felix Hirschberger und ich verantworte bei der Urano die Abteilung Support Services. Ein wichtiger Bestandteil unseres Portfolios sind die Data Center Services. Das ist für uns besonders interessant, weil wir damit den Wünschen von Kunden entgegenkommen können, die in der Region Rechenzentrumsleistungen suchen, eben nicht irgendwo auf der Welt verteilt sich wiederfinden können. Weiterhin ist es so, dass wir im Support ein eigenes Service Center, also einen klassischen Service Desk, mit Zusatzleistungen zur Verfügung stellen und auch den Onset Support über den Field Service bedienen und weiterhin spezialisiert sind im Bereich Workplace Support, also den digitalen Arbeitsplatz von Anfang bis Ende, komplett unterstützen. Hier ist es besonders interessant, dass die Kunden uns immer wieder nach Komplettlösungen fragen und es stellt sich heraus, dass unsere Stärke ist, von remote als auch vor Ort die richtige Kombination anzubieten und damit den Nerv des Kunden zu treffen und dafür zu sorgen, dass sein Business reibungslos läuft. Wir sind dann die ruhige, unterstützende Hand dahinter.